... ... ... ... ... ... ... ... Und zu allem Unglück habe ich natürlich null Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Ich hoffe mal, es ist nicht so simpel, wie ich gerade denke. Also, simpel ist es schon mal nicht, weil man an diesen Dingern da vorbeirennen muss. Oh. Renne ich doch einfach mal da unten rein. Oh, 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 oh. What? Nix hier Fenster durchschießen. Kannst du bitte lassen, ja? Es wäre nett, wenn die Hilfsenergie mal reichen würde. You son of a bitch. Es könnte mich ja aufregen. Ah, nein! Ich hatte es fast geschafft! Aber zum Glück weiß ich schon mal, wie man hier die Konsole öffnet in dem Spiel. Das heißt, soll es überhaupt nicht mehr gehen, dann werde ich mir einfach Leben cheaten. Und Ende im Gelände. Penis. Da weiche ich schon seinen Schüssen aus und schaffe es trotzdem nicht. Schau mal, was von... Ho! Hey! Ich finde das nicht toll. Ich werde das Spiel garantiert nicht hier nochmal, äh... Keine Ahnung was, äh... Von was weiß ich wo laden. Okay, das hat nicht viel gebracht. Nein! Aber es hat ein bisserl was gebracht. Er hat mich... Alter. You son of a bitch. Ich hasse... ...euch. Habe ich das mal erwähnt? Alter! Jetzt komm schon! Auch die Frames lassen gerade sehr zu wünschen übrig. Okay, naja, es geht, aber... Ich könnte kotzen gerade. Soll ich einfach mal auf den richtigen Zeitpunkt warten? Bis die sich, was weiß ich, beide weggedre... Okay, das war nicht der richtige Zeitpunkt. Sogar im Gegenteil. Das war alles andere als der richtige Zeitpunkt. Ja, verfickte Kacke nochmal. Oh! Oh mein Gott. Oh, vielen Dank. Ihr könnt sterben, okay. Das gibt mir neuen Mut für dieses Spiel. Was weiß ich. Das war so unfair. Wie hätte ich das ahnen sollen? Du scheiß Assi-Spiel. Ich hasse dich. Das lasse ich dir nicht durchkommen. Hast du gehört? Dein Freund musste schon mal dran glauben. Ja, jetzt muss das... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und jetzt gibt's endlich wieder mal den Revolver. Lass mich hier einfach rein. Ah! Das ist keine gute Idee. Und vor allem nicht das, was ich gerade gemacht habe. Das war sowas von eine ultra schlechte Idee sogar. Ach, da lebt noch einer. Okay. Das muss ich ändern. Und sterbt. Muss ich euch echt mit Raketen alle umlegen? Offensichtlich. So. Main Base ist hier. Schnell zurück. To the Ammunition Box. Wo unser toter Freund rumliegt. Und dich tragen wir jetzt mal... Und dich tragen wir jetzt einfach mal hier hin. Zu den Lebensauffrischern. Und können wir uns währenddessen den vor. Au. Das macht mir aber überhaupt nichts. Deine Freunde sind allesamt tot. Wieso stirbst du nicht? Freundchen. So. Okay. Das war richtig new. Weg. Okay. oh mein gott war das scheiße gerade von mir na gut dann werde ich wohl jetzt sehr viel besser mit meiner muni umgehen auch fühle ich für mich getreten ob so das game eigentlich auch texturen patches gibt das spiel hat nämlich so langsam aber sicher mal nötig